Die Bibel erzählt die Geschichte der drei Weisen aus dem Morgenland, die von einem Stern geführt in Bethlehem in einem Stall angekommen waren. Dort knieten sie nieder vor dem Jesuskind, huldigten ihm und der Mutter Maria, und sie bringen ihre Gaben dar, Gold, Weihrauch und Mürre. Es erschien ihnen ein Engel, der sie vor König Herodes warnte. Für den Rückweg beschlossen sie deshalb, nach dieser Engelbotschaft einen anderen Weg als beabsichtigt war zu gehen, denn sie wollten den Ort des Jesuskindes nicht verraten. Sie wussten, es war ein Schutzengel, der ihnen diese Botschaft gab. Wie gut, dass es Schutzengel gibt. Der Erzählung nach kommt den Weisen aus dem Morgenland eine besondere Bedeutung zu, in Bezug auf die theologische Konzeption des Evangeliums. Es sind Heiden, die zu Beginn zum neugeborenen Christus kommen, ihn verehren, während am Ende der Messias vom eigenen Volk verraten und verstoßen wird. Noch heute ist es Brauch am 3. Königstag die Häuser zu segnen. Auf den Haustürrahmen werden Jahreszahl und die Anfangsbuchstaben des Segensspruches geschrieben. Wir schreiben in diesem Jahr an die Häuser 2018 C und M und B. Ebenso ziehen alljährlich Sternsinger am Dreikönigstag von Haus zu Haus und bitten um Gaben. Die heiligen drei Könige wurden nie förmlich heilig gesprochen und sind Schutzpatrone der Reisenden, der Gastwirte und der Kirschner. Außerdem halten sie das Böse fern von den Häusern und Stellen. So meine Lieben, habt einen schönen, heiligen Dreikönigstag. Mit Gottes Segen, eure Derea